Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Jeffrey Burton. Ich helfe Menschen dabei nachhaltig, ihre körperlichen Ziele zu erreichen, ohne Verzicht auf leckeres Essen und auch ohne ständig Sport treiben zu müssen. In diesem Video geht es darum, wie schnell kann man abnehmen, beziehungsweise noch einfacher formuliert, in vier Wochen sechs Kilo abnehmen. Ist das möglich? Vorneweg, um das direkt zu beantworten, ja, das ist durchaus möglich und das ist mehr als realistisch. Wichtig für dich zu wissen, du brauchst nicht zu hungern, du brauchst nicht nach 18 Uhr nicht mehr zu essen und du musst auch nicht auf Kohlenhydrate verzichten, um in vier Wochen sechs Kilo zu verlieren. Es ist, wie gerade schon erwähnt, durchaus sehr realistisch, in vier Wochen sechs Kilo zu verlieren. Erfahrungsgemäß ist es so, dass bei mir, also Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, verlieren im Regelfall in den ersten sieben Tagen im Schnitt zwei bis fünf Kilo. In den ersten sieben Tagen. Jetzt hängt es logischerweise davon ab, wie war die Ausgangssituation, wo wollen die Leute hin und welchen Weg sind sie bereit einzuschlagen. Aber letztlich ist es relativ schnell möglich, relativ viel Gewicht zu verlieren. Und wir sprechen in erster Linie von Wasser und in zweiter Linie aber auch von Fett. Und Ziel ist es nicht, zu hungern, um dann auf der Waage irgendeine spezielle Zahl zu sehen. Nein, Ziel ist es, vernünftig zu essen, vernünftig satt zu sein und trotzdem abzunehmen, um eben auch gesundheitstechnisch den richtigen Schritt zu gehen. In vier Wochen sechs Kilo ist ein klassisches Ziel. Ein klassisches Beispiel, ja, Leute wollen gern mal so fünf Kilo loswerden und das ist in einem Monat mehr als realistisch, ich wiederhole mich. Aber du musst für dich selber verstehen, dass es logischerweise eine gewisse Kontinuität benötigt. Es benötigt eine Beständigkeit und es benötigt im Normalfall auch Abänderungen deiner Routinen. Du wirst am Anfang viel Gewicht verlieren, weil du Dinge anders machst wie in der Vergangenheit. Das heißt, wenn du von heute auf morgen mit bestimmten Dingen aufhörst, wird dein Körper sich anpassen bzw. umstellen. Und das wird dir dabei helfen und auch deinem Stoffwechsel helfen, etwas zu verändern. Beziehungsweise der Stoffwechsel wird angekurbelt und du wirst dann in einen Abnehmprozess geraten. Was dir dann wiederum dabei hilft, die Zahl auf der Waage zu reduzieren, wieder in alte Kleidungsstücke zu passen, dich wieder besser zu fühlen, fitter zu sein, besser zu schlafen. Da kommen viele Faktoren zusammen. Aber wie gesagt, in vier Wochen sechs Kilo zu verlieren, ist durchaus sehr realistisch. Und das ist auch ein absolut valides Ziel. Warum? Weil wenn du relativ schnell relativ viele Kilos verlierst, wirst du relativ schnell wieder gesünder. Und du wirst dich relativ schnell wieder besser fühlen. Und wenn du dann mal in diesem Momentum bist und die ersten Kilos los bist, dann wird es dir auch leichter fallen, noch mehr Kilos, wenn es denn sein muss, abzugeben. Weil nicht nur körperlich etwas passiert, sondern auch mental. Dein Kopf stellt sich um und wenn du siehst, ah, das funktioniert, dann bist du gewillt, noch mehr in diese Richtung zu gehen, noch mehr zu investieren. Und wir reden hier nicht von Sport. Du brauchst kein Sport treiben, um abzunehmen. Natürlich kann das den Abnehmprozess positiv beeinflussen. Es kann diesen ganzen Prozess befruchten oder eben befeuern, sodass es schneller geht. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Das heißt, wenn du einen vollen langen Tag hast, viel arbeitest, dann vielleicht noch mit der Familie, Frau, Mann, Kinder, wie auch immer, zu tun hast, dann bleibt dir oftmals wenig Zeit. Und dann bleibt vermeintlich auch wenig Lust, um sich noch in ein Sportstudio zu schwingen oder joggen zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Das heißt, das musst du nicht tun. Aber das Coole ist, wenn du abnimmst, wirst du deine Prioritäten auch anders legen oder eben verschieben. Und auf einmal wirst du wieder Zeitfenster kreieren oder finden, wo du sagst, eigentlich habe ich noch Energie und eigentlich habe ich auch Lust, mich wieder mehr zu bewegen. Das heißt, es ist eigentlich nur Win-Win für dich, deine Situation, dein Körper, deine Gesundheit. Aber Grundvoraussetzung ist, dass du diese Entscheidung triffst und da mal reingehst. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, nehmen sie in zwölf Wochen im Durchschnitt acht bis zwanzig Kilo ab. In zwölf Wochen, in drei Monaten. Ausnahmen bestätigen die Regel, das heißt, mehr geht auch. Weniger, eher sehr selten. Das heißt, acht Kilo nehmen die Leute immer in drei Monaten ab. Es sei denn, sie haben, wie gesagt, ein sehr spezielles Ziel. Wollen das erste Mal ihr Sixpack sehen, sind eigentlich schon schlank und brauchen auch gar nicht mehr so viel abzunehmen. Aber es ist halt auch kein Hexenwerk. Es ist nur eine Sache der Umsetzung. Und wenn man weiß, wie es geht, dann reicht das noch nicht. Man muss es eben auch anwenden, umsetzen. Nicht wissen es macht, sondern machen es macht. Und das ist somit die Basis. Das heißt, wenn du gewillt bist, in den nächsten vier Wochen mal sechs Kilo abzunehmen oder in den nächsten drei Monaten vielleicht sogar 15 und mehr Kilo zu verlieren, dann kannst du dich hier gerne unter dem Video auf ein Gespräch bei mir melden. In diesem Gespräch schauen wir, wo du aktuell stehst, wo du dann letztlich hin möchtest und wie wir das Ganze gemeinsam angehen können. Oder wie auch du das für dich angehen kannst. Weil, wie gesagt, es sind oftmals einfache Dinge, die man im Alltag integrieren kann, wo schon erste Erfolge eintreten. Das heißt, ich arbeite nicht immer mit allen Menschen zusammen, gebe aber in dieser Beratung, wenn es dazu kommt, erste Tipps und Tricks, die dann schon fruchten und die dann schon dabei helfen. Sodass ich dann im Nachgang irgendwelche Nachrichten bekomme. Hey, cool, ich habe in den letzten zwei Wochen drei Kilo abgenommen. Ganz schnell. Ja, easy. Lass mir gerne ein Like da, schreib mir gerne konstruktive Kritik unter das Video, folge mir auf YouTube, abonniere diesen Kanal, drück auf die Glocke, dass du informiert wirst, wenn ich neue Videos hochlade. Folge mir auf Instagram, folge mir auf TikTok, befreunde dich mit mir bei Facebook und connecte dich mit mir bei LinkedIn. Alles hier unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten kann ich dir nur sagen, dass der Abnehmprozess, deine Gesundheit, dein Wohlbefinden, der Blick in den Spiegel, alle anderen Bereiche in deinem Leben positiv oder auch negativ beeinflussen kann. Das heißt, wenn du dich um dich kümmerst, wird vieles einfacher. Wenn du wiederum sagst, ich bin aktuell nicht so wichtig und Prio liegt bei der Arbeit oder Prio liegt hier und da, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du mit dir selber unzufrieden bist. Deshalb kümmere dich um dich und in vier Wochen sechs Kilo sehr, sehr gerne können wir gemeinsam reingehen. Kannst du auch alleine schaffen. In drei Monaten acht bis zwölf Kilo. Auch kein Problem. Acht bis zwanzig Kilo. Entschuldigung. Ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest oder wenn du dich tatsächlich hier unter dem Video jetzt mal traust und dich bei mir meldest. Wir sehen uns ansonsten im nächsten Video wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.